3 2 1 Wenn der zwei hintereinander in die dritte oder die fünfte Reihe blockt und wir springen auf und Ja, let's go Kurt! Das macht er, thanks G. Hi man. I got you, King. Alles klar. Man war unsicher, wie es weitergehen wird. Bei aller Euphorie und bei vielen, vielen Siegen gab es halt auch mal den ein oder anderen Dämpfer. Wenn dann einfach der beste Spieler mit in der Saison sagt, tschüss, natürlich raste ich aus als Fan. Natürlich werde ich dann sauer und schreie Sachen, die ich vielleicht sonst nicht schreie. Die Frauen im Kino, die diesen Film sehen werden, werden da hinschmelzen. Was geht's all ab? Was geht's all ab? Was geht's all ab? Shoot it! Tschüss!